Hey, meine Raborken, herzlich willkommen in Body Toss. Wir müssen unseren Freund hochwerfen. Ah, okay. Wenn Sie in diesem Bereich Tap und Toss. Bam, 12 Meter. Bam, 15 Meter. Bam, 18 Meter. Boom, 22 Meter. Wenn wir immer wieder richtig timen, können wir ihn immer höher schmeißen. Versauen wir aber das Timing. Fällt unser Kollege auf den Boden. So sieht das Ganze aus. Wir haben 42 Meter geschafft. Das beste Ergebnis sind 424 Millionen Meter. Das haben wir nicht geschafft. Nice. Okay, da haben wir schon mal ein bisschen was verdient. Wir starten neu. Was können wir jetzt mit den ganzen Cash machen? Wir können verschiedenste Charaktere auswählen. Wir können hier verschiedenste Charaktere auswählen. Wir nehmen einfach mal Step by Step, würde ich sagen, oder? Wir nehmen jetzt ihn. Tja, ist quasi so ein Skin. Und hier, bumm. Und jetzt können wir mit dem Geld, was wir verdient haben, unsere Power und unsere Größe verbessern. Ich würde sagen, wir machen einmal Power und einmal Größe, oder? Ah, wir sind größer geworden. Ich sehe es. Okay, jetzt neuer Rekord. Boom. Ja, 16. Boom. Oh, das ist jetzt schon euer Rekord. Ja. Es wird halt immer schwerer zu timen, weil der Charakter, der freut natürlich immer. Schneller rund. Alter, ich bin ein absoluter Profi in dem Geld. Hey, ich habe doch nie was anderes gemacht beim Leben. Boom. Boom. 600. Boom. 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 Wir gehen zwei in Power und zwei in Größe. Und let's go. Neuer Rekord. Ah, ich muss den Skin ändern. Machen wir gleich, weil ich vergessen. Boah, das schaffe ich schon beim dritten auf 46, ne? Aber es wird schwieriger. 200. Ah, wir brauchen neue Skins, Leute. Sonst wird das ja nix. Die, das du machen. Junge, was passiert denn hier noch mit den Skins? Let's go. Zack, 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 zack. Ich glaube, man kann auch Spam einfach, oder? Spam ist wahrscheinlich klüger. Boom. Und boom. 400. 1100. Zwei Kilometer. Ich bin schon im Weltraum. Habt ihr das gesehen? 3300. Oh, es wird immer schwieriger zu hätten. 3900. Nein. 3900. 100, alter, krank. Okay. Äh, wir brauchen neuen Skin. Den hier. Budal, ey. Und den hier. Aha. Und jetzt können wir beides upgraden. Wir können nochmal upgraden. Da machen wir, glaube ich. Ich denke, die Power macht, wie hoch ich ihn schmeiße. Und die Größe, wie leicht es ist, zu hitten, dass er nochmal wirft, denke ich. Das ist der Unterschied. Oh, 3-7. Oh, Junge, was ist das denn das? Das ist der Wunsch. Nein. Oh, das war übel schwer jetzt gerade. Alter Schwede. 14 Kilometer in die Luft. Das ist geil. Alter, die Skin ist ja besser und besser. So, also das ist halt nur Aussehen, ne? Wichtig ist, dass wir hier links und rechts Gas geben. Da fällt mir aber gerade was auf. Und zwar können wir auch Storys spielen. Guckt mal. Zwei diebische Brüder mit besonderen Fähigkeiten Sachen zu sammeln. 48. So, da müssen wir... Ah, das sind so Special Level. Okay, jetzt muss ich quasi... Okay, okay, okay. Warte, ich verstehe das. Weiter hoch, weiter hoch. Fünfter Stock. Ich muss quasi den so hochschmeißen und kann mit dem Diebesbeute erkunden. Ah, hat er nicht geschafft. Jetzt aber. Zack. Und da auch noch die Badehose. Klar. Wer will nicht die Badehose klauen? Da Bikini auch noch. Ne Pfeife haben wir da auch noch gezogen. Ah, okay, habe ich verkackt leider. Nochmal. Jetzt. Ja, jetzt habe ich sie. Habe ich auch. Habe ich auch. Habe ich auch. Und alles landet im Beutel. 45 Items gibt es insgesamt, glaube ich. Ah, den einen habe ich da verkackt. Oh, Alter, der letzte. Ich muss den kriegen. Ja, wichtig. Wichtig. 30. Stock, Leute. Es geht weiter. Oh, ich habe verkackt. Und jetzt kriege ich alle Items. Und diese Items entsprechen Stars. Und jetzt kriege... Oh, ey, das lohnt sich ja krank. 1.600. Der ist heftig jetzt. Ho, 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 ho. Oh, ich weiß nicht, ob ich jetzt hitte, Leute. Nein, zu spät. Alter, die sind so schnell dann. Das ist komplett overpowered. Aber wir haben extrem viele Coins. Bam, 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 bam. Alle werden richtig groß schon, ne? Ja, nehmen wir den hier mal. Und den hier. Let's go. Wir machen noch einen Versuch. Dann machen wir die andere Story. Ich frage mich, ob man einen Bonus kriegt, wenn man die Story komplett durchspielt. Wahrscheinlich schon, ne? Der wird jetzt heftig. Passt auf. Ah, ging sogar. Ging. Kein Rekord. Wir müssen noch mal hitten. Oh, es ist so schwer, hö? Footballspieler, der muss es reißen. Wir haben keine Zeit für die Story. Wir müssen hier einen Rekord brechen. So, man muss ja nicht oft hitten. Jetzt noch einmal. Und wenn ich jetzt noch mal hitte, wird es ein Rekord. Komm, Benson. Ach, Mann, ey. Wir brauchen mehr Größe, denke ich. Da wird es ein bisschen einfacher. Wir gehen ja echt die Skins durch, ne? Bam, Krokodil. Let's go. Oh, der ist schon mal gut, der Try. Wenn ich jetzt hätte... Ja, wichtig! Oh, 50! Wenn ich jetzt hätte, bin ich ein absoluter Probier. Man, weil ich so aufs Labor konzentriert war. Verdammt. So, dann können wir jetzt die Story machen. Und zwar... Verteidigungsfarm. Okay. Ah, da muss ich die Aliens abschuten. Ach so, das ist... Ah, das ist ja cool. Und jetzt kann ich hier bessere Knarren kaufen. Okay, jetzt haben wir eine Pistole. Wählen. Und jetzt gibt es ein Level. Let's go, nächstes Level. Bam. Und... Ah, das war Quatsch. So. Ah, ich bin zu tief, ich bin zu tief. Zack. Aliens, die unsere... Ah, das steigt auch immer. Wie unfair. Da komme ich ja gar nicht hinterher. Oh! Nein! Aber jetzt fast. Der ist gut, der ist gut. Oh Mann. Aber jetzt habe ich ihn, oder? Oh! Scheiße! Ganz kleiner... Aber jetzt müsste ich ihn haben. Komm, 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 komm. Ja! Oh! Ich darf nicht das Tier treffen. Ups! Oh, der ist gut. Aber wir warten noch. Nicht, dass wir wieder das Tier treffen. Äh... Ne, 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 ne. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt mach mal, jetzt mach mal. Und... Bam! Sauber clean. Drei Sterne im Level 2. Nächstes Level. Kann man... Ach, ich kann mir mehr leisten. An die 40.000, ich kann mir gar nicht... Junge, hä? Wie teuer? Sniper rifle dann hier irgendwo. Okay, let's go. So. Ja, jetzt steigen die da wieder hoch. Jetzt machen die hier Fatzen wieder, ne? Seit wann hat man eigentlich Zebras auf einer Farm? Zweites Schaf gesetzt. Ah, da hab ich schon drei. Das reicht. Perfekt. So, damit kann man auch ein bisschen was verdienen. Haben wir jetzt hier drei Level geschafft. Aber, ähm, das lohnt sich gar nicht so krass. Wir bleiben erst mal hier. Wir nehmen den Alien, Junge. Und hier. Lass mal gucken, was gibt's noch so... Boah, Space Shuttle ist geil. Das nehmen wir safe. Und hier nehmen wir mal... Boah, den Polizisten. Boah, der sieht brutal aus. Let's go. Okay, wenn wir jetzt hit, ein Rekord. Ja, Mann. Ich hab mich so konzentriert. Hab extra nichts gesagt. Alter, alle Planeten. Mars, Jupiter. Merkur. Okay, da muss man abnormal früh drücken. Okay, das hab ich unterschätzt. 28.000. Da nehmen wir... Er will, dass ich size mache. Ich mach aber Power. Let's go. Mal noch einen Versuch. Okay, jetzt muss ich abnormal früh drücken. 126.000. Boah, ich hab echt früh gedrückt. Alter, yo. 1,4 Millionen. Da muss ich jetzt drücken. Ich hab gedrückt, aber es war anscheinend zu spät oder zu früh. Es ist komplett... Ey, warte mal. Ey, da ist... Ich hab den Highscore geknackt. 1,4 Millionen. Geil. So. Äh, perfekt. Wir haben 62.000. Das heißt, ja, jetzt muss man halt die Größe verbessern, damit das hier ein bisschen vorangeht. Ich würd sagen, wir gehen auch wieder zu unserem Standardkollegen. Das ist doch... Das ist doch OG am coolsten. Sehe ich das richtig? Wenn ich mir eine Werbung anschaue, das kriege ich. Warte mal. 3. Kriege ich 10 Millionen Sterne. Ich hab die einfach so bekommen. Ich muss mir nicht mal eine Werbung anschauen. Hä? Das war verbuggt oder so. Geil. Boah, cool. Ich kann jetzt so upgraden. Okay, das war vielleicht ein bisschen viel. Alter, wie riesig ich jetzt bin. Boah, jetzt schaff ich's easy. Jetzt hab ich mehr Handlungsspielraum beim Drücken auch. Rekord, Rekord, Rekord. Alter, nein, es kratzt am Rekord, wenn ich jetzt hätte. Ist das ein absoluter Burner-Rekord? Ja, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich bin aus der Galaxis raus. Ich bin bei 16.000. Okay, das hätte ich ja jetzt niemals. Nein. Alter, es war unmöglich, das zu hätten Hilfe. Das war ja so absolut riesig hoch, hä? Okay, wir können nichts upgraden. Ah, ich kann Werbung wieder. Das ist ja so Geld-Sheet-Hilfe. Ähm. Okay, jetzt haben wir beides halt nur um einmal verbessert, ne? Ist jetzt ein bisschen low. Vielleicht muss ein neuer Skin her, Leute. Vielleicht brauchen wir hier diesen Löwen. Der Löwe ist es doch, oder? Was denkt ihr? Grundsätzlich funktioniert das Spiel so, je später du drückst, desto stärker wirft er ihn hoch. Aber ab einer gewissen Höhe bist du einfach froh. Wo überhaupt noch zu treffen? Da ist an Timing gar nicht mehr zu denken. Okay, das war schon mal gut. Das war schon mal gut. Ja, hab ich. Nice. Wird aber kein Rekord, denke ich. Wir müssen, wenn wir jetzt hit'n Rekord. Wenn wir jetzt hit'n Rekord. Okay, eine Milliarde. Und. Ah, verdammt. Das Problem ist, dieses zu früh drücken. Man darf halt nicht zu früh drücken, dann zählt's nicht. Und ich drücke oft zu früh. Und. Ja, das war gut gedrückt. Galaxis save. Das ist Rekord. Nein. Oh. Okay, es ist Rekord. Es ist Rekord. Aber das hit' ich doch jetzt niemals. Okay, wir müssen uns wirklich konzentrieren. Nein. Aber neuer Rekord, immerhin. Aber es ist schon wirklich arschschwer. So, wir gehen. Ja, ich hab eher das Problem, nicht wie hoch ich ihn schmeiße, sondern dass ich ihn halt nochmal hochwerfen kann. Das heißt, wir investieren alles in Größe. Ich glaub, der Charakter ist auch schlecht. Mit dem haben wir nur schlechte Erfahrungen gemacht. Wir nehmen hier den nochmal. Abfahrt. Bekommt sofort, als ob der schwächer ist. Ohne Witz jetzt. Ich hab schon richtig oft gedrückt. Und der ist ja noch nicht mal Galaxis. Oh, dass ich das gehittet hab, war stark. Oh, jetzt geht's ab. Aber kein Rekord. Wenn wir jetzt hitten, haben wir Rekord. Aber wir hitten das niemals im Leben. Ja, kacke. Aber ich kann nochmal. Werbung. Bam. Aha. Aber wenn ich damit jetzt mal Rekord, wird es sich einfach ein bisschen falsch auch anfühlen. Okay, wenn ich jetzt hitte, Rekord. Dank der Wiederbelebung der Werbung. Komm, Benzern. Komm, Benzern. Du hittest das. Ja, ich hab's gehittet. 18, 19, 20, 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 20. Okay, wenn ich es jetzt hitte, Leute, ist das absolut. Ich hab's gehittet. Es ging so schnell, man hat es nicht mal gesehen. Da passiert noch was. Die Galaxis wird kleiner. Und 91. Okay, okay, okay. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Ich hitte es, Leute. Ich hitte es. Keine Sorge. Vertraut mir. Das war viel zu früh, Alter. Das war komplett Käse. Aber geil. 91 Milliarden Meter. Werbung? Ich kann mir nichts leisten. Nicht mal ein Update. Was ist das denn? Ich schaff den Rekord nicht mehr, Leute, den ich da aufgestellt hab. Das war so ein Burner-Rekord. Ich verstehe gar nicht. Ich drücke doch. Ihr habt sogar gerade gehört, denke ich. Wieso zählt das nicht? Drück ich zu spät oder was? Schön auf den letzten Moment am Anfang. Dann spare ich mir. Einmal werfen. Dann sind wir schon bei 5000. Okay. Zack. Schön früh drücken. Kein Risiko gehen dieses Mal. Wir gehen auf Nummer sicher. So. Und drück. Ich denke, ich hab mir angewöhnt, zu spät zu drücken und zu viel rausholen zu wollen. Aber da pfeifen wir jetzt drauf, Leute. Wir haben zwei, wir haben drei Milliarden. Knapp über 20 ist mein Rekord. Aber ich glaube, jetzt sind es schon. Ah, ich hab zu früh gedrückt. Scheiße. Wir haben eine Werbe-Wiederbelebung. Aber wenn wir die so früh schon brauchen, wird's mau. Wir sind bei 3,7. Okay, let's go. Wir hätten das, wir hätten das. Ich bin sowas von ready. Und... Oh, das war absolut auf den Letzten. Ja, zieh, 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 zieh. Rekord. Wenn ich jetzt hitze, Alter. Wenn ich jetzt hitze, müssen alle liken. Wenn nicht, müssen wir alle einen Tester schenken. So. Und... Nein. Oh mein Gott, ich hab's gehittet. Ich hab völlig reingekackt eigentlich. Ich hab hier... Oh mein Gott, Aliens, Alter. Oh, oh, oh. Was? Das war jetzt nochmal 10 Mal so hoch. Das muss ja absolut der Perfect Hit gewesen sein. Was ist hier denn jetzt? Wenn ich das jetzt nochmal hitze, Leute, weiß ich nicht, weiß ich nicht. So, wir gucken, wir gucken. Okay, es geht extrem schnell runter. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich hab's gehittet, ich hab's gehittet. Aber ich drücke immer doppelt, ne? Weil ich einmal so krank zu früh drücke. Oh mein Gott, was ist das denn jetzt? Nebula oder so ist das, ne? Ach, du heilige. Oder... Oh Gott. Hä? Wenn ich... Wenn ich's jetzt hitze, das wird komplett wild. Mal sehen, was dann kommt. Aber ich glaub nicht, dass ich... Ach, schade. Ich dachte, ich kann mir so mäßig da... Scheiße, ich hab meinen Run unterbrochen. Ach, nein. Ich dachte zurück, als zurück ins Spiel. Das war sehr demütigend am Ende. Aber ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir haben einen geilen Rekord aufgestellt. Klangt auf jeden Fall den Like und den Abo-Button wichtig. Na, und dann sehen wir uns morgen. Haut ran, euer Benzern. Ciao.